Alle haben den Klassenchat, alle brauchen ihn, alle sind genervt und wir werden die Schulsachen in Zukunft auf Teams stellen und ich erkläre, warum das viel besser ist. Ihr könnt natürlich die Privatsachen weiterhin bei dieser App laufen lassen, wenn ihr unbedingt wollt. Das Starten ist ganz einfach, wir nehmen die Klassensprecher, die gehen auf diesen Stift und starten eine Klassen-App, die Klassenchat, die tun da alles rein. Ich würde den Namen gleich mal so machen wie 10a, nur Schule, kein Spam, damit jeder, der drauf ist, weiß, hier soll kein Blödsinn rein. Also Spam, das sind diese Smileys und die Nerven und ihr habt aber eben im Schul-MS-Teams-Chat die Möglichkeit, dass hier der volle Name steht und es ist Schule und deswegen kriegen wir das in den Griff, was wir bei WhatsApp nie so richtig in den Griff kriegen. Es kostet ein bisschen Arbeit, wir brauchen schon, die Klasse braucht eine miteinander Redenstunde, muss sich einig werden, wir wollen wirklich alle keinen Spam, weil wir die wichtigen Infos zu den Hausaufgaben und zum Wandertag nicht finden, vor lauter Smileys. Dann planen wir mal, also mein Vorschlag wäre so ein Smileys, ist ja kein Drama, aber ein Smiley kostet einfach mal Schokokekse mitbringen. Und wenn man das dreimal macht, hören die Smileys auf. Und schlimmere Sachen, Blödmann, da muss man schon Muffins selber backen, wäre so mein Vorschlag. Aber das müsst ihr in der Miteinander-Redenstunde ausmachen. Wenn ihr das nicht einseht, dann hilft das nichts. Der Vorteil an diesem Teams-Chat ist, es ist Schule, das heißt, wenn der Spammer nicht aufhört, dann könnt ihr zu den Streitschlichtern gehen. Und wenn das alles nichts bringt, dann habt ihr immer noch die Klassenleitung und ihr braucht den Screenshot, ihr braucht das Datum, dann habt ihr alles, dann hat der hier keine Ausrede und dann kriegt ihr halt Ärger. Das ist das übliche, Strafarbeit, Nacharbeit. Damit kriegen wir das in den Griff. Ein bisschen wird ein bisschen dauern, bis der das dann checkt, aber dann checkt er es auch. So, der Teams-Chat hat gegenüber WhatsApp ein paar Vorteile. Es gibt nicht nur den Chat, sondern es gibt auch die Dateien. Also man könnte so einen Schulkalender für die ganze Klasse hochladen, wo die Schulaufgaben stehen, wichtige Termine. Und die sind auch sortiert, wenn ich nicht auf Chat bin, sondern auf Dateien, sehe ich diesen Kalender hier und sehe auch das Foto. Das ist vielleicht ein Arbeitsblatt, irgendwelche Hausaufgaben, Infos, kann man da viel übersichtlicher sortieren als in WhatsApp. Ein Riesenvorteil ist auch die Ruhe. Man kann nämlich, wenn man das am Handy hat, unter Teams in Einstellungen gehen und kann ruhige Stunden einschalten. Und dann ist einfach, ab 16 Uhr hat man dann keine Nachrichten mehr, die mit Schule zu tun haben. Ruhige Tage, Samstag, Sonntag will ich keine Schulinfos. Oder vielleicht mache ich Samstag Hausaufgaben, aber Sonntag. Das kann sich jeder einstellen, wie er möchte. Ein anderer Vorteil, der Datenschutz wird viel besser. Wir hatten, also Mebis hat einen super Datenschutz, aber hinter Mebis haben ganz viele Leute so Google-Mails hinterlegt. Und dann liefen die Schulnachrichten, die Kommunikation zwischen Lehrer und Schülern lief dann über die Werbesortiermaschinen von Google. Und dieses WhatsApp gehört zu Facebook dazu. Das ist eine gruselige Geschichte. Das heißt also, Microsoft ist nicht perfekt. Wir sind nicht völlig glücklich, hat aber die Server in Deutschland, in Frankfurt, in Berlin, ist alles verschlüsselt, werbefrei. Also hundertmal besser als die Lage, die wir 1920 hatten, ist es, wenn wir auf Teams wechseln, komplett. Das Wichtigste ist die Höflichkeit und Hilfsbereitschaft, die wir im realen Leben am AWG wirklich meistens erleben. Die wollen wir jetzt auch komplett im Internet haben. Kostet ein bisschen Arbeit, über die miteinander Redenstunden und dreimal Muffins backen lassen, aber dann kriegen wir das gebacken.